So, jetzt geht's weiter an der alten Stelle. Und ich bin gerade erst den Game gejointed und ich bin schon wieder im Stress. Und ja, ich bin noch immer 28 Versionen zu spät dran und ich hab noch immer nicht geupdatet. Hä? Ah ja, den haben wir gestern gebaut. Ach ja, aber wir wären da. Aber ich wollte eigentlich nochmal runter schauen, wie weit der Tunnelbohrer-Dingsens da ist. Und wer es nicht im Rails-LP mitbekommen hat, mein Hals brennt noch immer. Hmm, ja. Also, wer es nicht extra anschauen will, ist es auf alle Fälle... Nee. Nein! Alter, ich werde von allem getrollt. Oh, das war es knapp. Ähm, ist auf alle Fälle wegen so Tabletten, wegen Allergie und so und... Sonst kriegt man einen Spritz, aber jetzt ist es irgendwie bei mir schon mit einer Tablette. Auf alle Fälle... Brennt es im Hals wie Sau. Oh, wow. Wow. Wer von der Psychotrip, wenn man in irgendwie wirklich so fahren würde? Alle machte gar nichts. Was macht denn, ja? Na ja, ein paar fucking weiter. Na ja, gut. Hm, ja, okay. Philosoph und Stone erst benutzen. Und dann, das kann ich da draus machen, Sand oder Sandstein. Äh, Sandstein oder Sandstein. Hm. Hm, hm. Na ja, wir brauchen auf alle Fälle hier eine Decke. Habe ich auch wieder was. Und weil die ganze Kupfer... Sonst ist ja alles eigentlich relativ in Ordnung, so. Komm, mach das Sandstein draus. Schaut geil aus. Oder? Hm, naja. Nicht wirklich zu, aber egal. Oh. Hä? 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 Ist aber irgendwie komisch. Was? Die, die... Eigenartig. Naja, baut es überhaupt weiter. Braust wahrscheinlich wieder Kohle, oder so. Hm. Ist das Ding jetzt AFK? Nee, ist ja jetzt nicht wieder irgendwie... Es hängt wieder irgendwo. Ah, diese Thronummer. Ach, komm. Ich hatte keine Lust, mich den ganzen Thronen zu älgern. Ähm. Okay. Ich muss hier eine Schiene rumhängen. Da packt sich gerade ein Berg rein. Ach, leck mich. Was ich denn eigentlich gebuddelt habe da. Ach, komm. Kleiner Scheißding. Ach. Puh. Puh. Es ist einleitig zu spät und ich bin schon zu lang auf. Und 16 Stunden oder Länge ist irgendwie scheiße. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich noch alles rumliegt, weil das ist schon wieder alles so... Bug hier und so. Ich relock einfach mal kurz. Damit liegen definitiv noch Schienen, genau. So rein. Und... Naja, hm. Naja. Egal, ich baue die Wanden erst später und wieder und so. Es reicht am Schluss dann. Ich hoffe, der baut jetzt einfach. Das ist einfach nur Bauen. Einfach Bauen, Bauen, Bauen. Der Rest ist mir nicht gerade egal. Komm, Paul, schneller. Los. Also die Tropfen dann mal wieder nach oben oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, dass es nicht so tropft. Also irgendwie vielleicht irgendwie so selbst aufsammeln oder so vielleicht in Tasche rein oder so. Hm. Ah, naja. Ich bin schon müde. Ich mach's gerade einfach nur irgendwie jetzt so noch so halb, weil ich irgendwie keine Lust hatte oder keine Zeit hatte. Mehr Minecraft. Let's match, let's play und... Weil ich jetzt irgendwie zumindest so tun würde oder tun wollen würde. Also würde ich's regelmäßig machen. Nee, ist einfach jetzt irgendwie nur. Ich würde's einfach nur regelmäßig tun und... Ja. Weil ich will's schon ernsthaft, wenn wir machen und nicht wieder so 0815 oder so. Gibt's hier genug, die sie machen. Jeder zweite hat ein... Irgendwie so ein Account mit LP hinten dran und... Macht einen LP und denkt sich dann irgendwie... Einen LP und dann bin ich Millionär oder so. So ist es leider nicht, also... Ich sag nur mal so viel. Ich hab jetzt schon 210 Videos und so. Und ich bin noch sicher lang kein Millionär. Nicht mal annähernd. Also wer das so weiß, so die YouTube, in Anführungsstrichen, Tarife und so. Ja klar, YouTube wird sich natürlich geheim halten, ist klar. Aber... Ja, ich weiß hier nicht, inwieweit ich jetzt das sagen darf, aber... Ähm, die erste Auszahlung gibt's ab 70 Euro. Und... Die habe ich noch nicht. Okay, ich muss zugeben. Ich hab jetzt auch nicht mehr monetarisiert, wegen Rechten und Lizenzen und so und... Ach, ja. So, jetzt nehmen wir erst mal die ganzen Arten wieder raus. Und ja. Ich vererse mich jetzt zurück. Oder muss ich überhaupt noch... Noch knapp die 100 Meter. Könnten ja hier unten campen und dann... Na ja, gut, die ganze Folge. Ich hab's getestet, die Query baut leider die Monster voll ab. Das heißt, wir müssen das alles von Hand raushauen. Wird's mir nicht so schwer wie bei anderen YouTubern, die das... Ähm... Die kein Tech genutzt, nur die einfach normales... Normales Minecraft spielen. Für die ist natürlich... Das dauert jetzt ewig, staut Stunden. Wenn nicht sogar noch länger. Tage. Ja, okay, okay. Nicht ganz. Ja, auf alle Fälle... Unser Vorrat, wir haben halt einen Dark Matter Axe zum Beispiel. Und Spitzhacke. Und macht das Ding dadurch dann schon leichter, aber... Hm. Naja. Alter. Das macht's leichter, aber trotzdem... Die Arbeit ist trotzdem gleich hier. Und Zeitaufwand ist... Naja. Ach ja, da waren wir. Überhör. Also die ganze Lecks, die ganze Zeit. Es wird über Nacht. Ich liebe es. Hm. Sandstone. Couplesstone. Den ganzen Müll irgendwo mal weglagern. Das geht hier erst, wenn wir pennen, wegen den Creepern und so. Sponnet zwar auch am Tag und so. Aus welchen Gründen auch immer, aber... Naja. Ähm. Ah, nächstes Tag. Das ist immer so lustig, wenn es immer so schlagartig so Tag und Nacht wird. Das ist... Ja, also zumindest Tag. So, naja. Jetzt müssten wir auf alle Fälle... Irgendwie schon mal anders lösen. So. Und... Ah. Nee. Feil. War jetzt so geplant? Wie war es überhaupt geplant? Ich bin gerade total planlos. Irgendwie schaut das Ganze jetzt echt komisch aus. Und ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht mal selbst einen Plan, wie ich das mitbauen wollte. Hä? Irgendwas packt doch da. Ach, ach, ah, okay. Dann... Verstehe ich das. Okay. Also es schaut irgendwie echt lustig aus. Immer so... Oh, Mann. Ach, naja. Das hat sich immer gefällt. Genau, so muss ich dann... Schauen wir mal kurz... Kurze Ruhe. Äh, 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 äh. Ähm... Fail. Bei mir ist wieder Wasser und so. Das ist schon halb elf. Scheiße. Ja, komm, jetzt habe ich auch noch das Wasser versch... Fuck. Verschwindet. Boah, ich habe jetzt echt gleich Bock mehr. Für den Besten Ganzen einmal auf. So. Hauptsache, es läuft jetzt einfach irgendwie dann... Nee. Es läuft. Ah, ha, 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 ha. Ähm, ja. Und was jetzt? Würst du in Galilio jetzt heißen? Hm. Du kannst das Ganze irgendwie so bauen. Ja, aber es ist nicht, dass du nur von ich will, dass hier schon... schon wie so ein Lasterrad bauen und so. Das wird sowieso kompliziert, weil ich null Plan habe und so. Also ich würde zumindest versuchen, das ist vielleicht irgendwie so... Oh, scheiß Wasser. So, jetzt musst du anfangen mit dem. Oh, leck mich. Ja, komm, fick dich. Ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Hm, so irgendwie... anfangen und dann... und dann... und dann... Hm. Ich glaube, drehen wir das sowieso nicht. Kannst du nicht, leider. War auch mal ein geiler Mod. Irgendwie so... Ich habe hier aus welchen Gründen noch immer extrem viele Bugs gerade. Okay, zumindest vorhin in Raiders hat schon gebackt. Mit den ganzen Lags die ganze Zeit, aber das lag am Surfer. Und jetzt irgendwie... falle ich schon durch die Blöcke durch. Hm. Ähm, ja. Ich bin ja so verpeilt, ich glaube, es... wird hier zwar wahrscheinlich nix werden, aber egal. Ähm. Verdammt, ich schau... Schau... Also irgendwie ist das... komisch und scheiße. Ja. 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 Das ist echt verdammt komisch. Das schaut irgendwie alles scheiße aus. Es ist einfach zu spät, es ist und irgendwie... Äh, ich bin müde, ich will schlafen. Was mache ich jetzt da draus aus dem scheiß Ding? Ähm. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nach der Kletz, die man nur mit der Axt abbauen können. Ja. ja ich habe null ahnung das ist ja total sinnlos und so aber naja das ist das bauen also wie ich gerade schon sagte ich glaube ich kann zeit genauso gut unterbrechen oder aufhören also heute steht nur noch scheiße bin ich mir gerade irgendwie relativ sicher kann man sich eigentlich gerade bauen will und so total sinnlos eigentlich obwohl wir gerade eine idee käme vielleicht irgendwie keine ahnung vielleicht so und dann keine ahnung ist es eigentlich also irgendwie wird es langsam peinlich ich will für den scheiß mach vielleicht auch man naja so okay das ist zuviel ich will nur einbauen so vielleicht so mit stufen oder so schade lustig aus aber es macht null sinn überhaupt keine so nicht mehr annähernd ich weiß auch gar nicht wie ich das ganze überhaupt gebaut habe und so total sinnlos ja okay geplant was anderes aber was daraus geworden ist es irgendwie nur noch crap egal naja lustig schaut so aus aber nicht mehr und nicht weniger also eigentlich ist es los ich meine könnte natürlich klar noch da sowas wegkauen und so ich glaube ich glaube das ganze lp wird hier so peinlich so vielleicht irgendwie dann naja obwohl wenn ich so baue könnte ich halt so rum leiten und dann praktisch so in richtung wasser oder mehr oder see mach keinen sinn aber hm das ist ansichtssache okay also eigentlich ist es so sinnlos was ich da baue wie ich sagt es ist da kein creeper ja wie gesagt es ist einfach lange weile wie es ausschaut jetzt oh man ich glaube ich hole gleich das backup raus obwohl ich gerade schon wieder auf dumme ideen kann eigentlich will ich gerade das lp 2 aufhören aber jetzt komme ich noch auf eine dumme idee ich habe mir nur scheiße im kopf aber egal jetzt packt es scheiße jetzt packt es scheiße äh äh oh man jetzt wird es echt richtig richtig lustig aber ich hoffe es kommt kein creeper oder so wenn es ein creeper kommt werde ich akku wenn es gelett kommt werde ich akku und wenn es jemand anderes kommt werde ich auch akku nein das ist ein witz ja komm und jetzt uah scheiße zurück zurück rückwärts gang rückwärts gang rückwärts 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 ja komm 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 und jetzt dann da runter gesetzte ist ein absaugten wer zu sich im wasser kaum man scheiße das funktioniert nicht mit scheinbar das ist 2 oder 3 hörig sein das wird's geil gewesen eines brot sein luftschiff oh man ein ende haha es funktioniert okay zwar irgendwie nur so fast aber egal es funktioniert zumindest so theoretisch okay es ist fällt ich glaube ich werde es im nächsten fall noch ausbauen unser boot tauglich machen und dann jetzt komme ich auf eine richtig geile idee das ganze wird so ein wildwasser ding wobei mir gerade noch mal scheiße kommt das ist nämlich schon 24 minuten auf ich will eigentlich auch schon fünf minuten wollte ich ja noch ins bett um und jetzt kürzes testen das funktioniert 0 0 ist ja geil doch waren kackboot du boot oh ähm hm 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 wisst du was wo ist das boot wo ist das boot boot ist immer so verpackt okay ich glaube das für heute ist glaube ich genug getrollt ach die spinnen auch um dingen okay gut das war es auf alle fälle endgültig von heute für heute von heute egal gute nacht